Wir reagieren gemeinsam mit Kenush auf Champions League Summer Jam Scorpion Bars Volume 3. Ich freue mich übertrieben darauf zu reagieren. Wir haben auf Folge 1 und 2 auch schon reagiert. Findet ihr auch auf diesem Kanal. Müsst ihr ein bisschen weiter suchen, weiter in der Vergangenheit. Wir verlinken das in der Beschreibung auf jeden Fall. Wir verlinken es in der Beschreibung. Bitte bringt das Format öfter, Bruder. Wala, das ist zu geil. Das Format ist zu geil, Bruder. Es ist geisteskrank. Macht das öfter. Ich bin gespannt. Wir gehen rein. Let's go. Ist da Intro, äh, Copyright drauf? Okay. Also vorher war auf jeden Fall nie Copyright drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob es umgeht. Das sind die ganzen, äh, Küsse. Ja, ja, ja. Ich weiß. Yo, Bruder. Was geht jetzt eigentlich? Kommt jetzt. Oh, okay. Es geht los. Yes, sir. Wir sind in der Bus. Wala, geil. Krank. What the fuck, Digga? Geil. Wala, geil. Wala, geil. Keine Gefahr. Seid wie gemalt von einem Karikaturist. Komm mit Polaken, Italienern, Afrikanern und ein paar Sics. Einen Türken, einen Perser, Marokkanern und ein paar Dschins. Ja, war! Vor deiner Klausur, wie voll dein Lami-Füller ist. Ich check sie vor ihrer Klausur und gib privaten Unterricht. Ich sag, dass alles nach der Klausur kommt. Nach mir kommt dann nix, außer deine Bits. Also ich muss sagen, ich fand viele Flow-Passagen geil. Ja. Flow krank. Oder auch die Reimketten, die Reimstruktur, Bruder. Geisteskrank. Die Reimen die dir auch. Wow, cool, Bruder. Crazy. Was ist das? Ihr müsst euch das so vorstellen, da kommen Artists, aus dem Camp, die Summer Jam kennt so. Viele sind ja auch bei Summer Jam. Und die kicken einfach ein paar Bars. So wie eine Cypher-mäßig. So wie eine Cypher. Voll, fresh. Wallah. Geil. Yeah. Nice, Bruder. Starke Leistung. Hey, Big Man. Ganz locker, hat die Nerven angesprochen. Wer ist der, Bruder? Alles cool. Hey. Woohoohoo. Hey. 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 Oh. Auf dem Beat ist safe. Copyright. Copyright. Zu krass. 100%. Deswegen müssen wir bei dem Beat bestimmt öfter stoppen. Aber wie heißt der, Bruder? Was willst du denn schau mal? Devon. Devon, okay. Let's go Devon. Ich kann mich nicht beschweren, weil das Leben gerade gut läuft. High is in the room und dafür brauche ich kein Flugzeug. Ich fühl mich so wie Travis Kazmiele. Yeah, we bin zu high. Bin ein guter Mensch, doch ich will nicht mit jedem gut sein. Ich roll ein Jibbit, der dich schlafen legt. Mit Niggis, die nicht schlafen gehen. Niggis, die dich jagen und dein Fick auf Paragrafen gehen. Kannst du mich verstehen? Such dein Problem bei einem anderen. Bruder, aber wie geil sieht das Bild gerade aus, dass sie da in so einem Bus sind, Bruder. Ja, valla, wie fresh, gar nicht erwartet. Ey, Bruder, wie kreativ das ist, ne? Ja, ja. Riecht geil. Tod ist fresh, Allah, geil. Ey, Bruder, das muss öfter kommen, ja, das Oma hat. Safe, Bruder. Voll geil. Aber warte. Ich hab noch ein Besen bei mir, er kann auch zu dir, ich weiß, dass du rausst, und Baby, du weißt, ich hab noch ein Besen bei mir, ich teile ihn mit dir, ich weiß, dass du rausst, ich weiß, dass du rausst, und Baby, du weißt, ich hab noch ein Besen bei mir. Guck mal, wie viel Spaß die alle haben, oder? Sie, ne, hab ich so oft schon gesehen, also Kelly O, ich find sie todeskrass. Ach, ist das? Ist das die auf TikTok, die ihr voll abkippt? Ich find sie todeskrass. Den Namen kenn ich. Wallah. Kelly, ja. Ist das die auf TikTok so, äh, mit Doppel-L oder so, ne? Ey, him doch krass. Ja, sie ist immer him doch krass, find ich, Wallah. Ich teile mit dir, ich weiß, dass du rausst, ey, Maaah. Die kommt auch dran, okay, geil, sehr geil. Ah, okay, nice. Wallah, ich feier sie mies. Hä? Jemand schreibt, ah, okay, nee, nee, der hat falsch gelesen. Kommt zu Icon 6. Ja, ja, ja. Ja. Bruder, was sind das für Copyright-Beats? Bruder, der ist so krass, ne? Der? Der Sportfokus. Der ist behindert krass. Ach, ist das nicht sogar, ähm, der immer bei Nimo sein Studio ist, der ist blind, denke ich. Ja, also, sowas habe ich auch gelesen. Ist das der, Leute? Also, denke ich. Stimmt, stimmt. Ich hatte auch irgendwas gelesen mit blind und so. Ja, stimmt. Stimmt das? Also, ich weiß es nicht. Also, ich denke. Ja, ja, okay. Ja, okay. Boah, ich übe es krass. Ich behindert krass. Ah, ja. Jack. Moonboys. Foxy Wonder. Champions League. D.B. Ey. 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 Du bist hier wie eine Oros-Buris. Gib mir fünf Minuten beat, mein Kopf und dein Beat. Du brauchst eine Großfamilie und ein Ghostwriter-Team. Wuhuuu! Foxy, immer frisch wie ein Baby. Aber fuck mich ab, ich mach meinen Blindenstock zum Tele. Oh ja, hier kommt ein richtiger Blinder. Ich seh euch und mich und frag, wer ist hier behindert? Jaaa! Deshalb hat mich das Spaceship auf dem Mond abgesetzt. Steige das Niveau, seine bei Nemo. Und nur das macht ein High zu einem Deep Throat. Guck mal, das hat nicht irgendwer bezahlt. Glaubt die deutsche Pussy vor mir, aber fix sie in den A. Ist dein TikTok doch... Bruder, überleg mal. Ey, wie geil, Alter. Er ist blind. Mich würde mal interessieren, wie er im Studio schreibt. Also, wie macht er seine Texte? Jawallah, ne? Mammelt er einfach seine Texte rein, also rekordet er was, damit er die Texte wieder hören kann? Er kann ja nicht in Notizen, er kann ja nicht auf Blatt... Er muss bestimmt immer auf und auf und auf. Ich denk, der geht immer rein, dann macht man Skizzen und dann... Dann hört der wieder ab, ne, ich vermessere. Krass. Sein Prozess dauert länger, aber deswegen steckt da wahrscheinlich auch viel mehr Mühe drin. Ja, ja, ja. Einen großen Respekt-Roller. Cool, Bruder. Respekt. 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 Boah, so eine krasse Zeit, aber... Wee! Ah, Chick-Tageli, yo! I'm the boss, yes, motherfucking... Oh, shit! Bruder, was hat die allein für eine Stimme? Sie hat so eine krasse Stimme und... Gibt sie nicht? Äh, doch, ich hab die schon mal gehört, aber so dieser... Das hat so direkt so einen Amerika-Touch, Bruder. Ja, aber auch ihre Attitude ist krass, Digga, wie sie da steht, wie sie sich gibt. Wallah ist krass. Ja, ich... Guck mal, viele kennen die, glaub ich nicht. Let's go. Guck mal, die ist krank. Sie ist auch eine Kandidatin, sie hätte ich zu gerne auch bei Icon gesehen. Also, sie würde ich sehr gerne bei Icon sehen. Ja, Mann, ich... Warum nicht? Sie wird abrasieren, 100%. Warum nicht? Ja, ja, ja. Was für schicke Mickey, Hollywood-Dreams, Scorpion-Queen. Fresse-Rapper, eure Szene ist mein All-You-Can-Eat. Kicke, komm, im weißen Nike-Jogger, zu arrogant. Ich bin cool, denn heiß mit jedem deiner Cousy zwei Band. Oh, ho, ho, ho! Wie Kim Passable habe Hype und jeder fragt sich, worauf Kelly noch warten wird. Zwischen Studio und Make-Up-Live-Streams. Bei Riz seine Date is icy. Flau wie Summer am Arena. Ice-Cream. Ja! Zu TikTok und IG. Tick-Tick. Go! Ja! Bo! 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 Behindert! Geh, geh, geh mal ein bisschen zurück. Bo, Bruder, ich weiß nicht, was die vorhat oder wie die schon irgendwo unterwegs ist. Aber falls die noch nichts hat, sollen sie auf jeden Fall gerne zu Icon 6 kommen. Ja, 100%. Doch. Die ist bestimmt schon irgendwo. Ich glaub auch, Bruder. Da haben bestimmt Leute schon irgendwo. Boah, wie krass ist die, Junge? Ja. Boah, wie krass ist die reingekauft? Über krass. Komm, komm, lass hören, lass hören, lass hören. Über krass. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Das hab ich gar nicht gecheckt. Beatwitch von Nineties zu TikTok und IG. Tick-Tick. Go! Boah! 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 Geil, 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 geil. Geisteskrab. Wie krass, ne Stimme, Bruder, was ein Flow. Gesamtpaket, Wala Gesamtpaket. So, da passt alles. Ah, der Türke. Ja. Türke? Der ist doch niemals Türke. Doch, der ist Türke. Wie kommst du drauf? Der ist halbkast, aber der ist halb türkau. Wer weißt du das? Ich weiß das. Okay. Also der hat das auch schon gesagt. Krass, okay. Ich bin gespannt. Yung Meles nesse. Hey. Ich bin kein Wasteman, Mami bin ne Arasor, Ayikol, Yarateres Karambol, Sonu Karakol. Sacken, yapma bana makara. Why you trippin, nigga, gali, ba se kunti var. Nee, waaah! Ich bin ne Kardesvalan, Nolamam. I'm the flies, motherfucker, ben je zorlamat. Ey, wala, was? Ich wünsche leider nix, aber... An Faschisten? Nee, nee. Schade. Aber, Bruder, wie klingt der von türkisch? Was sagt der da? Was sagt der da so? Äh, zum Beispiel jetzt letzte Line. Warte, warte. Ich bin ne Kardesvalan, Nolamam. I'm the flies, motherfucker, ben je zorlamat. Äh, mit euch kann ich keine Freunde oder Brüder werden. Ich bin der flies, motherfucker, mit euch kann ich so... Ja, äh, was war das etwa? Nein, ihr seid nicht... Ihr seid nicht auf meinem Niveau so. Ja, so, nicht auf den, ja, genau so. Geil. Cool, Bruder. Ja, mach nichts, ich bin Janso. Ich bin der Klinik Wow, das ist toll Aber ich bin der Klinik Ja, das ist der Klinik 41, 2, 3, 6, du gehst mir hier Ok, wir gehen Geil 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 1 zu 1, F-A-C-O-Drill-Neuzeit, Bruder. Ja, echt krass, man. Ja, ja, ist echt gut, Bruder. Es hat auch so richtig einen UK-Touch. Genau, ja. Äh, äh, der sagt nicht Tilidin, sondern Tilledin. Ja, 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 die Aussprache. Ja, richtig diese UK-Drill, Bruder. Ja, ja. Der Drill war gut. Everybody in the club get a tipsy. Oh! Ich fixy. Wenn du mein auch bist, wird's risky. Trink mit Cosi, cause a 1, Tisky. Mimma 41, 2, 3, 6 G's. Mein Body count hoch, don't piss me off. Ich bin strapped up, hafswitchy. Hey! 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 Ja! Wow, cool, Bruder. Cool, Bruder. Cool, Bruder. Stark. Ich hab alsoada lachooooo. Ich hab halt ein paar Sachen auf die Seite. Und das ist schon fünftige. Ich habe mich zur Testein. Ich bin, wie ich will. Und das aus zum Beispiel. Aber das ist jetzt, wo ich mediante Vier. Und das ist mit nachgeben. Versuch ich mich für dich, wo ich eigentlich versuche. Ich bin ehrlich gesagt, eine filling, weil das ist richtig, dass ich das nicht versuche. Feuchtbar ist dass du mir hin. Co- halte ich dich. Und ich kann mich nicht ausüben. Und das ist wirklich, Und das ist mir war dann so ein bisschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hip-Hop verbindet, Bruder. Egal ob junge Frau, Deutsch, Türkisch, Englisch teilweise, weißt du? Und das ist cool, Bruder. Das ist cool, Bruder. Und das verbindet. Ja. Ja. Ich fahre auch allgemein. Ich fahre auch allgemein Holländisch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, geil. Vor allem für Rap sehr geil geeignet. Ja, safe. Gein romantisch. Oh, let's go. Aha. Mimo. Okay. Okay, bin ich gespannt. Auch geiler Beat, ja? Boah. 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 Neimo. Das ist Neimo, Cousin. Da kann man nix viel sagen, das ist Neimo. Bruder. Egal, Bruder. impostor steht auch hinten. Und da habe ich denador rappen. Ich bin gespannt. Weil du stinkst wie ein Remda-Kadaver, deshalb kriegst du nicht mal Massage, würdest sogar deine Stiefmutter fragen, ob du Slip-Om-Beharlein darfst, als Wix-Unterlage, doch dein Zip wird nicht hart und deshalb nimmst du mir alles, hab ja nicht gerne Hintergedanken, kleinen Kinder zu schaden, doch pass auf, dass deine Klasse nicht schimpft, interne Danne, denn das wirst du nicht verklappen, wie dein Burschi, du Knast geht, Schumachas Unfall in 2013. Ja, ich weiß, Bubi, dich trifft es gerade, so wie K***, als er heimkampft, Frauen, Kind nicht mehr da waren, er mitbekommen hat, das hier ist F*** mit dem anderen, das Schlimmste an der Sache, rate mal, ja genau, es war sein eigener Bruder, doch das ist, ist egal, ich bin für dich, Uke, da, wie F***... Boah, was macht Nemo gerade da? Abo... Der hat gerade alle... Das ist einfach... Alle hinter denen, ne? Das ist einfach, das kann man aber nur sagen, Anna Nisiki. Ja, so, einfach Anna Nisiki. So, er hat gerade diesen ganzen Bus eingenommen, hat gesagt, ich mach Bus auf und zu wann ich will. Puh, dieser Bus gehört mir heute. Puh, einfach angesprochen, diese Mikro. Gisch, Bruder. Boah, krank. Wie geil, das geil ist, kein Text, also nicht auf Handy, sondern auf dieses OG. OG-Plattform. Ja, geil, geil. Dich und ich mag kurz auf den Bogen, strenge mich nicht mal an, bis diesem Part spricht ein Gebet, bist du ein Mann, steht zu deinem Volk, wett euch der Ehre gegenwollt, Pussyboy, ja, du hast es so gewollt. Ja, 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 ja. Respekt, Bruder, ja, ja. Aha! Geil! Ok. Geil. Was? Ich hab ne Ahnung. Oh, Popsmoke! Krass. Jetzt bin ich gespannt. Borsa ist auch sehr kass. Auf die Ohr Beam, Bruder, ja? Ja, ab schon. Ey, auf diesem Video muss doch Copyright sein Uronkel sein, oder? Oder gerade auch, ja. Ja, Ivo, gleich direkt schnell runterladen, bitte, ne, den Stream, also, die Stelle. Auch geil. Auf diesem Baby, Bruder, komm, bitte, komm. Die Oh, oh. Mein Leben ist wie ge-Photoshop, ich mach Cash Money wie ein Drogenboss Rapper machen ein auf Teflon Dawn, aber pissen sich ein, wenn die Soko kommt Kein Essen im Kühlschrank, dafür 10 Liter mit Lila Juice Um 15 Uhr bin ich noch am Schlafen, mein Handy klingelt, ich hab viel zu tun Kleine Bitches lieben meine Stimme, Baby, ich bin dein Barry White Was für Kerzenschein oder Fläschchen Wein, ich geb nen Jackie Cola, Haze, Cherry White Baller mir träglich Flex rein, ich bin ein Junkie, Digga, verstehst du? Mein zweiter Name, ich Schneepflug, ich baller Lines weg wie ein D-Zug In meiner Welt muss Plastik Wie abgewichst, wie abgewichst Ey Waller, wieso? Ey, die Beteiligten von diesem Team, Bruder Macht mehr von diesen Sessions, Brudi Waller Waller, das ist ein cooles Format Am besten jede 2 Wochen, jede 3 Wochen Okay, das ist zu viel, weil du musst ja die Leute auch zusammenkriegen Du musst das organisieren, das musst du ja auch besonders organisieren Alle 3 Monate Alle 3 Monate wenigstens, weißt du? Oder alle 2 noch Aber Bruder, das Format ist überkras Feier ich Geister reißt gerade ab Ja, Mann Mein zweiter Name, ich Schneepflug Ich baller Lines weg wie ein D-Zug In meiner Welt aus Plastik Kokain Weiß, so wie Jajig Mach neiner Nachtschicht So viel Backschicht Dass ich 8 Schicks davon satt krieg Komm nicht klar, ich hab ein Flexproblem Rapper braucht ne Geschlechts-OP Das beste Seining, ich bin endlich Fame Und Bruder Silo kann in Rente gehen Gucci Pullover erhalten dich warm Wir ballern uns lieber Jack Reif Habe ich das richtig verstanden? Was er meinte? Geh mal bisschen Sido kann in Rente gehen Achso, okay Okay Er ist nicht negativ gemeint Achso, okay Ich schaff's Ich weiß nicht sogar Wie war das nochmal Das Bossa Also die sind auf jeden Fall Connected Die arbeiten zusammen Aber inwiefern das jetzt ist Weiß ich nicht Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen Weiß ich auch nicht so Deswegen Easy Aber Silo, der Bruder Wenn er in die Rente geht Bruder verdient Ja, normal Bossa ist Signing von Silo Okay, dann ist das nach wie vor so Okay, weil die Information hatte ich auch Aber aktuell befasse ich mich halt nicht mehr mit den großen Rappern Ich befasse mich eher nur noch mit Newcomern Weil ich die interessanter finde Ja Aber ja okay, gut zu wissen auf jeden Fall Deswegen war die Line Ja, ich sag schon Okay Bruder Silo kann in Rente gehen Gucci Pullover erhalten dich warm Wir ballern uns lieber Jack Reif Gott verflucht meine Ex-Freundin Ich hoffe sie hängt an der Crank bei So für den falschen 50ern Wer ist der Wolf im Schafsbett? Ich vertraue keiner Bank In einer Conflict-Packung Bunker Ich brage Roll auf Chrom durch meine Stadt Und dein Auto endet auf Backstein 16 Bars will mich interviewen Aber traut sich nicht mal statt Alter Nur eine voller Liquid Völlig drauf hinter einem Lenkrad Mein halbes Leben Bin ich zugekokst Wenn ich sterbe Wenn ich ein Ding Ich bin 33 Ich bin 221 Mit den Treppenhäusern Hauswenden Ich spür diese Werbe von diesem Bus Ja Ich bin grad am schwitzen Obwohl ich dieses Video noch gucke Ja Anik, der hat noch diese dicke Jacke an Bruder Dahinter sind Lichter, Kameras 50 Mann Ey, Bossa reißt aber mies Verhindern Das ist geisteskrank Wallah Verhindern Ich bin 33 Ich bin 321 Mit den Treppenhäusern Hauswende sind vollgetackt Hey, ist Rauch unterm Deckenleuchter Jalousien sind zugezogen Denn ich schieb Paranoia Krieg deine geile Alte in deinem Bett, Bruder Dann war der Abenteuer Oh Geil 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 Oh natürlich, Bruder Natürlich Darf ich spielen, Bruder Darf ich spielen Darf ich spielen Wie kann das sein, dass der Typ mit dem Alter immer fresher wird? Wie kann das sein, Bruder? Der wird älter Der wird immer musikalisch immer besser, besser, besser von Jahr zu Jahr, Bruder Aber auch so aussehenstechnisch, Bruder Aussehen, ne? Ja Er ist wie Wein, Bruder Das muss sein, Bruder Das ist krass Ich weiß es dir Ich weiß es dir Die Die das format sieht klein aus aber guck mal wie viel aufwand nur in so weit das ist anstrengend oder das ist nicht so viele unterschätzen immer so eine arbeit hinter so einem format bruder ich hab die watch voller brillis war's großer bb promille in der blutbahn 8,7 bb nika lamborghini vor der scheiße ein fahrt baby glaub mir du weißt nichts von unserem freiheitsgrad wie geil wow bruder ja krass gemacht sehr krass wir können mehr davon sehen hat mir sehr gefallen gerne gerne mehr davon wir sind gerade mal bei folge 3 ich glaube wir haben vor einem jahr zuletzt das letzte gesehen war da noch manuelson mit manuelson bei Teil 2 javuz war da billa joe war auch da noch casey war auf jeden fall auch sehr sehr krasse mit ich sag euch ehrlich von den ich sag mal newcomern die da waren fand ich kelly ob am besten deutlich am besten von den gestandenen rappern sag ich also so nochmal nochmal ja 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 musst du so differenzieren oder Nimo war Nimo war geisteskrank aber bossa auch krass valla das war so so summer natürlich summer war auch stark natürlich aber der war so auf entspannt der war auch so auf slow niveau da weißt du valla ich fand Nimo auf jeden fall ne schon mal wie spät der hat irgendwie Hass in sich ne ja das einfach alte Nimo gewinnt so valla crazy sehr stark ey wenns euch gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da auch rein tschau